Johann Wenzel von Zastrow war preußischer Generalmajor. Familie Johann Wenzel entstammte der Familie Zastrow und war ein Sohn des königlich-polnischen Majors George Berend von Zastrow und der Ernestin Charlotte. Anna Hedwig von Janewitz aus dem Hause Wolscher. Er war seit 1763 mit Charlotte Wilhelmine von Leewald vermählt. Leben Zastrow diente von Jugend an bei den Dregnern, wurde 1741 Leutnant, 1756 Stabshauptmann, 1757 Major und 1759 Oberst. In diesem Rang wurde Zastrow 1761 Chef des Dragona-Regimentes Nummer 1 und schließlich 1764 zum Generalmajor befördert. Er zeichnete sich in der Schlacht bei Cullen aus, woraufhin er vom König mit dem Orden Pur-le-Meret ausgezeichnet wurde. Zastrow war ans Hauptmann von Stolp und Oletzko sowie Erpär auf Groß- und Klein-Tippeln in Ostpreußen.